So, hier stehen wir vor dem Nesse-Rebenhof. Das war früher auch ein Teil der Bundeswehr. Der Truppeübungsplatz hat das zugehört. Da sind oft Militärfahrzeuge drin gestanden, von der Franzose. Das geht zusammen. Es geht ab. Die Schre pendelt werden in 19!? Die Schreie lieben! Diese Schreie lieben! Die Schreie lieben! Das war die Schreie lieben, denn das war heute nicht. Der Hunde befindet sich da Schwimmbad, das Weingärtler Schwimmbad. Der Hunde befindet sich da Schwimmbad, das Weingärtler Schwimmbad. Das steht da auf dem Schiff. Das steht da auf dem Schiff. Das ist noch von der Bundeswehr. Das steht da auf dem Schiff. 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 Das ist der Pfadfinder. Hallo. Was geht's? Ja. Wir sind gestern angekommen, haben aufgebaut. Das ist heute erster Tag. Viel Spaß. Ordentlich macht das Wetter mit. Danke. Ja, sieht gut aus. War schon anders. Dass es nicht so kalt wird. Wir mussten schon Platz für die Zelte von Schnee befreien. Also war schon anders. War schon anders. Dieses Jahr. Ganz human. Das sieht doch so aus wie im Ferner Osten. In der Mongolei. Diese... Schwarze. Ja. Diese runde... Ich weiß nicht. Ich hab den Namen nicht zu tun. Wie die Dinger heißen. Ja. Schande. Das sind so Wanderzelte. Die nehmen die auch mit. Auf Wanderschaft. Und dann bauen sie es wieder auf. Die Mongolen. Hürden. Genau. Die Hürden. Und? Grüß Gott. Was? Echt? Ah, nein. Wenn die Lande zudrehen, dann ist hier nicht mehr, oder? Nein. Langem